Ja, ich muss Türen abbauen, eindeutig. Have to do. Äh, bbb. Doch nur eine zu viel oder so. Fucking fake doors. Da ist die Pickaxe, okay. Was für ein geiles Schwert überhaupt. Egal. Äh, bam, bam, bam. Ach, jetzt habe ich schon wieder was in der falschen Hand. Komm, weg damit. Nicht switchen. Ah, damn you. Damn you, Game. Pobblestone. Und. Nein, jetzt habe ich ein Schild wieder in der Hand. Mich komplett verarschen. Ah, danke für the follow. Yeah, 5000. Okay, thanks. Warte mal, ich muss jetzt erstmal eine freie Hand selektieren. Wie zum Hänger. So. Und dann. Und dann. Ja, endlich. Okay, cool. Jetzt bauen wir doch erstmal die Fake Doors ab. Mit der Axt vielleicht. Fucking fake doors. Moment, ist das hier eine Fake Door? Nee, aber du hast mich immer noch eingekippt. Oder? Ah, Mann, 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 Mann. Okay, ich baue mich jetzt hier erstmal raus. Was auch immer du da getrieben hast. Das war meine Tür, ne? Ja. Ich hab sie extra mit Dirt zugeklaut. Das wär mein Smoothstone geklaut, also die... Nein, hab ich nicht. Ich hab ihn, äh, in deiner Wand platziert. In der Wand? Also da, wo noch kein Smoothstone war, hab ich ihn dann platziert. Äh, das ist, das ist toll. Hab ich erst so wenig gemacht, ja? Ja. That's sad. Hallo? Hallö. Hallo? Ja, das ist wirklich sad. Ja. Ja. Nee, ich hab grad ein bisschen am Mikrofon rumgespielt. Ja, man hört sich besser als Void, auf jeden Fall. Hä? Das ist... Dann bist du aber schuld. Ich bin nicht schuld. Das ist dein neues Mikro schuld. Ja, was soll ich machen? Das kann ich nicht nur lauter stellen. Das ist schon auch Max. Ja, ich muss dich wirklich lauter stellen. Ähm. Rotten Flesh. That's so rotten. Guckt. Guckt. Oak Planks. Oak Stairs. Stairs and Planks. Cobblestone. Wow. Was, was muss ich da hören? Something is going on. Ja. Ja, ich seh dich da oben. Wow. Fake. Oh Gott, nee. Ich muss jetzt erst mal hier das wieder in den Griff bekommen. Warte mal. Das ist das ganze Chaos, das du das letzte Mal hinterlassen hast. Das ist für ein Chaos, ja? Ja. Du weißt genau von Schrede. Nein. Biatstor. Saplings. Okay. Stone. Noink. Ah, das sieht doch besser aus. Thanks. Alter. Da war nix. Da musst du nix machen. Ich hatte zwei übrig. Okay. Äh... Ach, Quatsch. Aus dem Stone kann ich doch genau. Ah, Gott. Ich bin verwirrt. Cobblestone. Und dann... Stone me some. Stone me some. Äh... Stoned. Stoned. Volles Programm. Na, komm. Komm. Mehr. Viel mehr. Okay. That works out. Geht das so schneller? Tatsache. Okay. Cool. Anonymous geht jetzt schlafen. Okay. Wenn du den Stream nebenbei laufen lässt, könnte es schon sein, dass du davon träumst. Hm. Von Void. Oh. Oh. Genau. Exactly. Cobbl. Entweder hat er gerade einen Schieper gefunden, oder er war sehr unhöflich. Welch? Nein. Im Leben nicht. schwarze Wolle, weiße Wolle. Ich interpretiere das, wie du willst. Ja, Mann. Nichts gegen dich, aber von dir träumen möchte ich nicht. Also hat er einen Creeper gefunden. Ach. Sozusagen. Ja. Ja. Da hab ich viel Cobblestone. Hast du. Ja. Irgendwie schon. Ich brauch mehr Kisten. Much more. Äh. Cobblestone. Ja, den lassen wir mal da. Die O-Glocks auch. Was haben wir da? Feathers. Okay. Ein Ink-Sack, natürlich. Okay. Soweit so abgefuckt. Ihr habt noch weitergezockt, ne? Ein bisschen. Hab ich mir gedacht. Aber nicht viel gemacht. Ich hab eigentlich im Endeffekt nur, äh, Holz gefahren. Ah, okay. Ja, und ich hab mein Haus angefangen. Endlich. Ah, nee. Ich hab noch, genau. Ich hab, ähm, meine Farben weitergebohrt. Ah. Ich mir doch gleich mal alles angucke, da. So, sieht das doch gut aus. So. Okay. Cool. Jetzt kann ich hier wenigstens mal die Bude fertig machen, erst mal. Und dann schauen wir mal weiter. Der Ink-Sack. Kann ich damit eigentlich alles einfärben? So ziemlich, ne? Nein. Oder? Mm. Don't know. Ich glaub nicht. Kannst du damit Wolle, Betten, äh, Lehm. Ne, was? Lehm. Lehm, doch. Ich glaub, Lehm auch. Ja, ja, Ton. Dann diesen Beton da. Und auf Schildern eigentlich die Schrift, aber die ist nur im Standard schwarz, also. Okay. Ich glaub, ich muss mir eine Küche bauen. So kann's nicht weitergehen hier. Äh. Für die Fences brauchen wir was. Okay. Sticks on mass. Alles klar. Ah ja, gucken wir mal, was die anderen da so Getriebe haben. Ah, ist dunkel. Nee. Nee, doch nicht. Dein Gesicht ist gar nicht auf dem Mond. War so Glück. Willst du mal ein Text-Defeck haben? Ja. Dann schickt's natürlich. Ja. 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 Dann muss ich die unanständigen Sachen rausnehmen? Ähm, ja. Hm. Maybe. Und dann bräuchte ich dir eine E-Mail-Adresse, dann möchte ich dir einen Dropbox-Link schicken. Info at lagunaxp.de Also, okay. Die Adresse. Äh. No. Ja, aber abgesehen davon ist es auch, glaub ich, rückwärtskompatibel. Es ist kompatibel, aber er sagt dann, yo, klappt nicht. Und er sagt, yo. Na dann. Yo. Yo, es geht. Für komische Texture-Packs, die, die ich mit yo anspreche. Hm. Ja, ne? Okay. Äh. Äh. Die Decke müsste ich noch ein bisschen ummodellieren und überhaupt alles. Ich hab das irgendwie größer in Erinnerung gehabt. So ein Scheiß. Auch noch eine Küche oder so. Äh. Gucken wir mal. Ich mach erst mal ein paar Planken hier hin. Äh. Dazu bräuchte ich Oak Lock. Ja, toll. Und Birch Planks, Sticks, Oaks, Oaks, ja. Oak, me some. Dann, gucken wir mal. Oak Fence. Ja, Oak Planks. Oak Fence. Oak Fence. Oak Fence. Oak Fence. Machen wir mal so ein Stick. Planks, jawohl. Und die Sticks mache ich auch aus den Planks, korrekt? Ah, okay. Ja, bin mir da immer nicht so sicher. Äh, äh, fuck. Stick. There you go. Oak Fence Gate. Nee, okay, Gate. Oak Fence. Yay. Drei. Äh, reicht sogar. Müsste reichen. Wäre so süß, wenn er in der Hand liegt. Oh. Doch, reicht genau. Okay, cool. Jetzt ist wieder hell. Ey, fuck. So, hier haben wir alles. Was mache ich mit der Decke? Was gibt's denn da für schöne Materialien? Gleich mal gucken. Sandstone. Lock of Coal? Ah, Diode. Was ist das? So, das ist Wolle. Ja, Wolle. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Decke aus Wolle zu machen. Dann kann dir auch die Decke auf den Kopf fallen. Ja. Ah, ich will's aber nicht aus Holz machen. Gut, lass ich mir später was einfallen. What the hell? Hm, hm, hm. Dann. Lass ich mir mal gucken, was haben wir hier. Okay. Ich glaube, das ist enough. Enough. Auf Detched. Äh, ja, genau. Exactly. Und dann. Oben habe ich jetzt Eisen. Ja. 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 Habe ich noch mehr davon gehabt? Eisen. Was ist das? Ich habe doch abgebaut. Wo ist es hin? Vielleicht noch in den Ofen? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich es da reingeschmissen habe. Wahrscheinlich. Ja, dann ist es schon durch. Okay. Daraus kann ich natürlich schöne Sachen bauen. New Receipts unlocked. Weapons. Dann. Iron Boots. Iron Helmet. Ja, bin ich mal gespannt. Der dann jetzt so hergibt. Der Helmet. Äh. Chest Plate. Yay. Pants. Leggings. Okay, keine Pants. Und. Ich kann sogar von Discord verschicken. Das ist klein genug. Die Boots. Was ist klein genug? Das Ticture Pack. Ach so, ich dachte schon. Ja. So, dann ziehen wir mal die Rüstung an. Und ich dachte, dass er mir in VR jetzt irgendwie die Sicht blockiert. Aber ich sehe sie gar nicht. Das ist gut. That is nice. Okay. Dann bin ich ja relativ gerüstet. Ich bräuchte noch ein paar Chests. Ah ne, ich hab ne Chest in der Chest. Ich brauch ne Schatzkammer. Oder so. Ich hab ne, ich hab ne richtig gute Schatzkammer auf dem anderen Server. Auf dem anderen Server. Das bringt's jetzt natürlich, ja. Ich will nicht immer die gleichen Sachen, aber ich lass mir irgendwas Geiles einfallen. Lass dir mal was Geiles einfallen. Das klingt gut. Es hat doch jeder von uns ein Bett, oder? Ja. Also ich schon. Okay. Nix nicht. Ne, wenn ihr beide im Bett liegt, kann ich das nicht. Also ich lieg im Bett. Das ist toll. Wollen wir schlafen, oder was? Ach so, geht ja nüt. Ich bin ins Bett, Laguna. Okay, ich geh ins Bett. Toll. Ich lieg im Bett. Nix has left the game. Okay, cool. Jetzt sind wir durch. Alles klar. Dann zieh da rein. Ja. Okay, dann geh ich jetzt mal bei Void gucken, was da so abgeht. Hashtag no expert at all. Ne, nope. Never. Alright. Ich lass mir die Tür auf. Ich muss hier ne Straße bauen, Void. Wir müssen irgendwie... Das Pimmel total an. Na, ich wollte hier nebendran vorbeiführen und so. Müssen wir mal gucken. Oh, da ist ja echt ne Bude. How cool ist das? Oh, schiert. So. Sneaky bigy. What is this? Das da. Was zur Höne? Okay. Uh, mit Fenster und so. Stimmt, wollte ich auch noch. Ich brauch auch Fenster. Nein! Ah, okay. Thanks. Den hätte ich jetzt echt nicht blockiert. Ich mein, wow. Das ist sauber eingerichtet. Wer stellt denn bitte so ne große Kiste vor die Treppe? Es ist noch nicht fertig. Okay. Nicht? Ich dachte, du wolltest absichtlich kein Dach. Fertig so. Ja, geil. Ist doch cool. I don't know. Bisschen was zum Sitzen. Sitzgelegenheit? Ja. Alright. Warte. Ich bin oben jetzt noch. Na? Na? Au. Achso, dazu muss ich jetzt wirklich in die Knie gehen. Ne, das machen wir jetzt nicht. Für so einen Scheiß bin ich zu alt. Kann mich nicht duckeln. Ne, Quatsch. Aber einen Keller hast du nicht, oder? Ah, doch. Er hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Oh, oh. Der größte Keller, den ich je gesehen habe, Mann. Aber geil. Ja, drei Blöcke. Das ist mega. Aber das halte ich auch noch vor, ja. Drei Breite ist natürlich gar nicht mal so verkehrt. Schön offen alles. Du hast mich aber gerade auf eine gute Idee gebracht. Ich brauche Fenster. Ja. I'll go and build. Weil Sand sollte ich eigentlich haben. Hast du Fenster gemacht oder einfach nur Glasblöcke reingesetzt? Das sind Fenster. Das sind Fenster, ja. Okay. Cool. Das stalkt mich. Ja, ich habe Optifel. Ja. What? Ich habe nichts. Ich spiele ja die ganze Zeit mit meinen Kollegen auf der 1.15. Und da gibt es noch keine Optifel-Tür. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass ich wieder Optifeln habe. Ah, ja. Ja, gut. Okay. Was haben wir da? Sand. Jetzt kann ich Laguna, dass die Tür nicht zugemacht hat. Ja, ich kann die Tür vielleicht auch nicht zumachen. Nein, nicht. Nein, deine Tür meine Tür. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020